Das Lizenzvertragsrecht spielt im Wirtschaftsverkehr eine ganz bedeutende Rolle. Inhaber von ausschließlichen Nutzungsrechten, zum Beispiel von gewerblichen Schutzrechten wie Patenten, Marken, Designs, Gebrauchsmustern oder auch von ausschließlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechten möchten wissen, wie sie bestmöglich ihre Lizenzen auswerten und gewinnbringend einsetzen. Hallo und guten Tag, mein Name ist David Gessner, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht sowie Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und das Thema Lizenzvertragsrecht beschäftigt unser Medienrechtsdezernat und Dezernat für gewerblichen Rechtsschutz nahezu täglich. Das heißt, wir gestalten Lizenzverträge, beraten zu einfachen und ausschließlichen Nutzungsrechten und zu der Art, wie wir bestmöglich als Unternehmer Nutzungsrechte einräumen, um hier Gewinne zu erzielen. Das Lizenzvertragsrecht spielt überall dort eine Rolle, wo es um gewerbliche Schutzrechte geht, also um Designs, Marken, Patente oder Gebrauchsmuster, sodass Unternehmen gewinnbringend Lizenzen verteilen möchten oder auch im Urheberrecht, wo beispielsweise Fotografen und Softwareunternehmen einfache oder ausschließliche Nutzungsrechte einräumen, damit die urheberrechtlich geschützten Werke im geschäftlichen Verkehr verwendet werden dürfen. Zu unseren Mandanten im Lizenzvertragsrecht gehören unter anderem Verlage, Künstler, Songwriter, Produzenten, Labels und Verlage, Unternehmen, Fotografen und Autoren, die wir in allen Fragen des Lizenzrechts vertreten. Zu unseren Leistungen im Lizenzvertragsrecht gehören zum einen die Erstellung, Prüfung und Verhandlung von Lizenzverträgen, zum Beispiel auch im Musikrecht, im Film- und Fernsehrecht, im Fotorecht, im Verlagsrecht, aber eben auch im Bereich der gewerblichen Schutzrechte, das heißt im Markenrecht und Designrecht. Wir verhandeln nicht nur Verträge und prüfen diese, sondern wir machen auch Ansprüche für unsere Rechteinhaber geltend, wenn Urheberrechte und Markenrechte beispielsweise verletzt wurden oder über die eingeräumten Lizenzen hinaus gewerbliche Schutzrechte oder Urheberrechte rechtswidrig verwendet wurden. Gleichermaßen vertreten wir Mandanten, welche auf Unterlassung und Zahlung von Schadensersatz in Anspruch genommen wurden, weil sie etwa Urheberrechte oder Markenrechte Dritter verletzt haben sollen und eben keine Lizenz vorgelegen haben sollen. Seid ihr Unternehmer und sucht eine kompetente Kanzlei für Lizenzvertragsrecht, weil ihr etwa einen Vertrag gestalten, prüfen oder verhandeln lassen möchtet oder wollt ihr eure Rechte wirksam durchsetzen, weil eure Rechte übergangen wurden oder wurdet ihr vielleicht in Anspruch genommen, weil ihr Rechte Dritter verletzt haben sollt, dann nehmt gern Kontakt zu uns auf, ihr findet mich über meine Website www.rechtsanwalt-gersner-berlin.de Dort findet ihr ein Kontaktformular und auch meine E-Mail-Adresse oder ihr ruft uns alternativ gerne an und schildert uns euren Fall und wir rufen euch zurück und wir besprechen das weitere Vorgehen. Vielen Dank.